ein schönen guten meine guten ja es gibt neuigkeiten wir haben kleines update heute bekommen bei hede da gucken wir natürlich auch ran und der typische montag auf jeden fall gibt wieder viel zu erzählen viel zu berichten und wir wollen dann auch gleich mal loslegen so und die neuigkeit von heute ist natürlich hier so ein jahrmarkt hier ich habe das selber noch nicht gemacht ich habe mir das mal bei meiner frau so ein bisschen angeguckt damit ich euch das genau von anfang an erklären kann aber es ist eigentlich nicht so schwierig ihr müsst hier diese dinger voll machen ich hätte ja darüber schon mal berichtet gehabt dass das update kommt und heute ist es da und ja wir bekommen hier körbe da sind an der seite hier so medaille mit punkte und bis 750 punkte bekommen wir oben nach fünf holzhämmer oder bei 500 kriegen wir die eisenhämmer extra und natürlich hier unten so ein lucky bonus noch mal so ein dingen freigestellt das geht sieben tage also sie jeden tag was neues ihr könnt die dinger natürlich auch löschen kommt eine viertelstunde später kommt neue körbe wie hier unten zum beispiel siebenmal sahne die mache ich garantiert nicht und die werde ich verwerfen wie ihr seht in viertelstunde kommt eine neue der rest sieht eigentlich ganz gut aus so also wie gesagt jeden tag was neues macht es täglich sieben tage lang soll das erst mal laufen wir gucken hier oben drauf bei der tag neben der tagesbelohnung ist natürlich ein i das sind die informationen und wir gucken natürlich rein was es so gibt tag eins heute hatte ich ja gerade vorgestellt tag zwei der lohnt sich natürlich richtig für 250 gibt's nägel für acht acht schindel für 500 ja und natürlich 15 lappen für 750 okay ein bisschen ausbaumaterial ich glaube das ist bei jedem verschieden das kann ich jetzt allerdings auch nicht sagen könnt ihr die kommentare unten reinschreiben ob das bei euch genauso aussieht oder ob ihr was anderes habt ich denke mal das ist bei jedem verschieden jedenfalls dann betone ich das erst mal so wie es bei mir ist so und tag vier hier guck mal klebis schindeln bretter ja ein bisschen gemischt und dann kommt wieder so ein tag da ist ja nicht so schön nicht so schön und schön ausrufen ja tag fünf tag sechs wir haben ein paar extra aber die geben und hier guck mal 13 neunzimmer wer braucht denn das tag sieben der einmal braucht man auch nicht mehr aber gibt natürlich acht nägel ok und natürlich hier immer chance auf lucky bonus und wir werden das jetzt einfach mal hier so machen so ihr bekommt natürlich hier auch epis und geht ist cool liefern jawohl zack dreimal käse ja nie haben wir die an die leider nur einmal wie kommt man hier raus ach guck mal hier war schon eins fertig das war das falsche aber kommen nehmen wir hier mit liefern wir mal das geht ja schnell hier eigentlich das ist ja auch ja aber auch genug liefern jawohl hier haben wir noch mal einen mit hohen punkten liefern jawohl ja 26 punkte für zwei marmeladen ist ein bisschen heavy oder hier der fisch habe ich auch nicht kommen das löschen war auch mal verwerfen einmal bonus spielen aber auf jeden fall hier können wir noch mal liefern hier so eine rolle hier die liefern war auch und so eine torte die liefern war auch und zack da geht die geht das hier richtig höher baum jawohl jetzt wird es tricky hier liefern wir mal hier liefern wir mal komm hier liefern war auch mal da haben wir eigentlich genug speck da ich habe die rose gerade laufen passt schon passt schon da passt es auch komm hier machen wir an die 39 alles geht eigentlich alles relativ schnell hier so hier guck mal da liefern war mal da liefern war mal dann sind wir schon fast mehr oder weniger durch hier so eine suppe haben wir auch noch ja guck mal hier 40 für so ein ding müsst ihr euch aussuchen und hier hier gibt es schon keine punkte mehr nein hier gibt es keine punkte mehr ach ja wir sind doch fertig deswegen gibt es auch keine punkte mehr ok dann könnt ihr weitermachen oder beziehungsweise aufhören und ja da haben wir das schon eingesammelt sammelt hier da machen wir mal den lucky bonus hier mal gucken ob wir schwein haben wie machen wir das immer unten links oben mitte unten rechts zang zang und auf die schnelle jawoll nächste runde dokumenten rolle fünf von honig da machen wir zwei unten links und oben rechts zang und daneben ok 10 weiter nee das lohnt sich nicht für 10 diamanten ich habe fertig ok hat sich nicht gelohnt aber wir haben natürlich hier ein paar extra gekriegt und sowas ok ist natürlich ein bisschen spaß hier wobei jeden tag lucky bonus vielleicht ist man nicht so risikofreudig wie ich grins aber vielleicht gewinnt man das ein oder andere ist ja auch nicht schlecht ok finde ich finde ich eine gute idee sind leichte aufgaben ich befürchte ich befürchte der nächste wird wieder richtig hammer schwer und hast du nicht gesehen warum kann man das nicht so lassen weil das ehrlich gesagt das bringt freude das macht spaß das ist schön das ist finde ich gut nicht so schwierig finde ich gut ich persönlich finde es gut könnt ihr eure kommentare auch unterschreiben schreibt mich da ruhig voll wie es bei euch so aussieht wie euch das gefällt also ich finde ich finde es persönlich gut sind nicht so wie gesagt ist nicht schwierig aber ich wiederhole mich wieder so wir bekommen noch natürlich hier immer noch den der konnte hier ist heute tagesguck ist natürlich glücksrad guck mal natürlich auch gleich rein und natürlich ramadan geht noch bis übermorgen ein tag 22 stunden immer noch und wie sieht es aus ich habe noch nicht so viel gemacht aber wir können ja mal gucken ja das also nach meinen berechnungen gestern könnte es eine knappe kiste werden aber wir konnten wir konnten dann gut dran sein also auf jeden fall würde ich euch raten macht den lkw hier fertig wo war denn die grenze gewesen moment muss ich mal gucken jetzt muss ich lügen ich glaube waren 30 quatsch ich habe da noch nicht mal 30 25 ich glaube 25 waren es gewesen 25 lkw es müsste machen kommen wir dann schicken wir noch mal einen ab und dann seid ihr drinnen auf jeden fall kriegt ihr dann die ramadan sache so was haben wir denn heute hätte ich vielleicht mal wochenguck machen sollen also ja ein haufen gutscheine werde ich natürlich kein diamanten da lassen mal gucken ansonsten gibt es ja der rest ist auch schöne sachen so da haben wir schon den ersten gutschein und noch mal drehen geht wahrscheinlich zweiten gutschein da kann man natürlich ein bisschen rum asen wie ich gesagt habe und im zuge dessen gucken wir natürlich den wochenguck hier so ist natürlich auch schon drinnen habe ich geguckt gestern war es leider noch nicht drinnen gewesen ich habe ja wir der eifrige zuschauer hat natürlich schon darauf geachtet dass ich hier einer seite schon die tagesguck drinnen habe lasse ich jetzt auch habe ich mir so gedacht lasse ich mal so die ganze woche drinnen natürlich auf dem handy ist es schwer zu sehen was relativ klein ist aber wer es auf dem fernseher guckt und sowas mache ich auch manchmal youtube auf dem fernseher gucken der sieht das mit ein bisschen größer oder kann es natürlich rein zu ansonsten wisst ihr ja hier drinnen ist es natürlich abzugreifen so dann haben wir montag glückreiche zusätzliche gutscheine hatten wir ja gerade gemacht dienstag stadtbesucher ereignis zusätzliche verbesserungsmaterialien für scheune und silo als belohnung für suche die zwei drei im gebäude bedient werden ja ok ist natürlich ein bisschen schwierig wobei morgen beginnt derby wenn man natürlich eine stadtaufgabe macht holt man die natürlich und werden natürlich die belohnung kriegt man später auch noch wenn sie komplett bedient werden so mittwoch schiffsereignis zusätzliche schübe ist ok donnerstag fernbesuchereignis doppelte münzen freitag Produktionsstufe in den angelbereich entnerlangen 30 prozent und doppelte fernpasspunkte ja freitags ist ja immer fernpasspunkt tag samstag stadtbesuchereignis und lieferwagenbestellung doppelte eps geil den samstag feiere ich schon sonntag pflanzenschubereignis ernte drei zufällige pflanzenarte drei anstatt zwei und flohmarkt ja flohmarkt da wird euer ganzes gerümpel los ich kriege ja immer noch diese ganze winterdeko hier schneehasen habe ich ohne ende und zäune und so was wenn ihr das nicht so wollt könnt ihr da und geld braucht könnt ihr das natürlich am sonntag auf flohmarkt verticken und drei zufällige ja wäre besser wenn alle da wären aber ist ok ist so durchwachsen ist ok die woche finde ich ok sonntag finde ich gut und natürlich den samstag also wochenende wird richtig hellgezockt haut rein so dann haben wir gibt es hier oben was schönes ach nee nein 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 ich will das gar nicht angucken und da ist das problem guckt mal hier hier fängt das auch schon an zu haken ich muss das spiel nochmal kurz neu starten und wir sehen uns natürlich gleich weiter so und da sind wir natürlich wieder da und wie gesagt ein fehler bei mir passiert auch guck mal werbung angucken friert der bildschirm alles komplett ein so was haben wir denn schönes hier zum ramadan haben wir hier so einen wüstenbrunnen für 49 diamanten dann haben wir eine halbmondlaterne für 39 diamanten äh für 49 diamanten gibt es einen halbmondzaun fünfmal und dann haben wir ein wüstenzelt das gab es glaube ich auch schon mal ich glaube man das habe ich irgendwo für 79 diamanten und das haben wir dann halbmond schaukel für 79 diamanten auch und ja das war es also ein bisschen ramadan zeug wer es haben will und sich in stellen kann kannst du auch für diamanten kaufen wobei ich das immer so ein bisschen heftig finde ehrlich gesagt so ich habe hier noch ein angebot guck mal rein hier gibt es natürlich für alle das weiß ich für alle 50 prozent billiger das komplette ramadan programm hier für 12 99 wer es mag und hinstellen weil er will gerne kaufen hier für 50 prozent günstiger 13 euro sage ich mal ist okay ist natürlich für den einen oder anderen heavy für mich auch natürlich ich werde es auch nicht kaufen aber der eine oder andere wer steht sagt 50 prozent billiger ist schon was 13 euro für ganze menge ist okay ist okay finde ich so dann haben wir derby jawohl wir haben noch den ersten geholt wir haben wirklich noch den ersten holt hätte ich nicht gedacht wir waren eigentlich mit dem fein mit dem zweiten dritten gewesen und der erste war eigentlich schon dienstag einen hasen geholt und dann waren die durch gewesen dachte ich jedenfalls ich habe auch nie nachgerechnet da haben einige den zehnten nicht gemacht und ich war erschrocken wusste dann auch vor mal bei uns in der gruppe herzlichen glückwunsch zum gold pokal wir hätten selber kriegen können aber doch kein gold doch wir haben noch gold geholt wir haben wieder schwein gehabt wir haben wirklich schwein gehabt und natürlich drei hasen geholt wir haben freitag die samstag samstag morgen aber das letzte gemacht so was bekommen wir denn für den gold pokal der ausbau-deko da haben wir ja noch nicht genug drei schindeln und eine achse vier äxte ok keine äxte spitzhacke eine spitzhacke vier spitzhacke entschuldigung ja die ausbau-deko sage ich mal macht rechtfertigen die cds die wir da genommen da gelassen haben so nehmen wir an so für die vier häschen ich habe immer gesagt scheiß auf pokal häschen häschen ist auf jeden fall wichtig die lunds mal ab hier und da kriegen wir natürlich schöne sachen hier kommt mal hier ein puzzleteil dann haben wir nämlich die schubkarte nein zwei ist wenig dann immer die nägel und hier nehmen wir auf jeden fall puzzleteil was machen wir hier ja mal so schön zaun oder fünf mal honig den zaun gibt es natürlich kommt hier nehmen wir mal die deko egal die andere deko haben wir eigentlich schon zu genüge hier nehmen wir mal vier mal links nein komm wir nehmen hier den ware ist doch für mich wichtiger und ja was machen wir denn hier haben wir die bretter hier und war klebis brauche ich auf jeden fall hier holen wir die blaupausen damit wir natürlich die nächste ausbau deko ausbauen können hier haben wir natürlich puzzleteil dokumenten rollen hier haben wir noch mal eine blaupause weil der rest lohnt sich ja auch nicht und dann haben wir hier unten noch mal vier nägel ja so sieht dann plan aus und das holen wir uns ab und dann gucken wir natürlich welchen welchen weltrang listen platz wir gemacht haben ich bin noch nicht so ganz wach ja ihr merkt schon ist ein frühes video aber ich habe heute wochenende wir die ein oder anderen wissen ja in schicht und ich habe da wochenende meistens in der woche und heute zeit und wir sind abgestiegen 716 punkte ok wir haben natürlich auch gelöscht wie die weltmeisters schöne schnelle zu bekommen und dann etwa platz platz 5193 ist cool weltrangliste ist cool ich finde das cool so was bekommen wir denn nächstes derby ist ein besonderes power häschen derby das heißt wieder wir bekommen 18 bzw 19 aufgaben wir sind ja champions league und wir holen natürlich häschen also das heißt dienstag mittwoch und breitag ist hieschentime ok sehr schön es gibt hier was vom abgreifen dann gucken wir bei der maggie rein das haus brauche ich nicht mehr ausbauen zack 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 so würde es aussehen wenn ich es kaufen würde den lkw brauche ich auch nicht mehr ausbauen und das würde dann habt ihr schon gemerkt dass alles was noch offen ist alles nur noch mit diamanten ne die gebe ich nicht auf dann wird das buch halt nicht voll ist egal hauptsache es würde ich nur ausgeben fürs design da bekommen wir ja natürlich auch diamanten ich habe auch schon verluste gemacht 25 diamanten oder 15 diamanten bekommt 25 ausgegeben gut 10 diamanten verluste gemacht aber ich habe das design gehabt das ist schon mal ganz cool so wird es aussehen und den stand den brauchen wir da ist auch nur ein design das ist immer mit diesen ausrufezahl oder i zeichen da oben das ist gehört zum design habe ich aber schon weil es 75 prozent gibt ansonsten wären diese 75 prozent weg dann würde ich natürlich hier ausbauen da hätte ich gleich zwei ausbautdekos zusammen ausbautdekos nicht zwei designs so ausgebaut weil da fehlt bei jedem ist das ein und dasselbe so und so würde es dann auch aussehen also maggie wird schon uninteressanter so dann haben wir hier den greck wir gucken mal nach dem greck was gibt es beim greck schönes nichts besonderes und hier auch nichts besonderes drin sollte man aber jeweils immer abgreifen dumm 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 ja dann haben wir schon so gut wie alles fertig wir gucken noch mal schnell rein weil es gab ja puzzle teile ist irgendwas ausbaumäßig 34 da kommen wir schon richtig dran so und da ist auch noch mal eins ok und klappe zu affe tot jawohl hier haben wir noch ach das ist die ausbau deko wird auch nicht verschwinden wenn wir die haben auch nicht gewonnen nein falsche richtung gewesen so da hätten wir sie und wenn ihr zu macht wäre es noch nicht ich habe schon ein paar mal gesagt ist ein kleiner trick geht hier drauf die ausbau deko einmal hinstellen und dann wieder einlagern und dann ist die 1 da unten verschwunden so macht auf jeden fall hier oben diesen wochenmarkt sehr nah es gibt schöne sachen sind einen tag mehr den anderen weniger aber es ist ein leichter aufgaben das finde ich schon mal richtig cool da macht die sache auch richtig spaß an ansonsten wünsche ich euch natürlich richtig schön start in die woche halt 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 ich sehe gerade wir müssen noch mal den willi laufen lassen und dann holen wir uns hier so ein wollen wir noch mal trecker holen ich meine ich habe schon drei trecker haben wir legen es noch mal drauf an hier unten habe ich meine trecker stehen die habe ich alle gewonnen nicht gekauft und wir gucken noch mal den willi wenn er jetzt hier kommt ob er uns was schönes holt dann kann ich hier auch den rest einsammeln so bevor wir zum ende einer muss doch noch mal hier richtig arbeiten und wenn es der willi von der post ist so was bringt das schönes er ist heute so ein bisschen montags trübe das ist nicht das schnellste aber immerhin er bringt sonntag ist flomart ihr wisst bescheid ne da geht das weg ansonsten möchte ich euch natürlich so richtig schön geilen montag richtig schön start in der woche viel glück da draußen schönes leben wie immer euer geniet